Kannst du deine Mutter bereithalten? Ja, ich hör schon auf. Oh, diese Mutterwitze. Manchmal sind die lustig. Aber nur ein bisschen. Aber eigentlich sind die nicht lustig. Was sag ich denn da? Mutterwitze sind nicht lustig. So, wir müssen geradeaus und dann... Ah, okay. Was ist der bessere Weg? Durch den großen Raum oder rechts lang? Einen von beiden müssen wir wählen. Okay. Moment. Der ist dort. So, hier. Hier sind hier Androiden. Ich schleiche nicht mal hier unten lang. Keine Ahnung, ob da oben einer ist. Aber sicher, sicher. So, dann gehen wir hier lang. Warte mal. Ah, das Bindemittel nehmen wir noch mit. Wow, Moment. Da hinten ist einer. So. Ich glaube, wir haben seine Aufmerksamkeit gerade auf uns gelenkt. Weil ich falsch knackig drückt habe. Faktionszentrale. Zum dritten Ufersixen-Personal. So, hier kommen wir durch. Der schaut in die falsche Richtung. Jetzt können wir den ganzen Schrott mitnehmen. Dann will ich schnell wieder herein. Mach mal auf. Mach mal auf. So. Sehr gut. Dann war hier, ging es hier irgendwo wieder raus, ne? Ich kann schon nicht. Okay, der haut ab. Dann gehen wir auch hier lang. Okay, ich würde sagen, das hat gut funktioniert. Puh, das ist mir gerade ein Speicherpunkt wert. Sind wir noch richtig hier? Ja, wir sind richtig. Alles klar. So, dann ab dafür. Sehr gut. Sehr gut. Was ist los? Hat sich angehört, dass wir der Aufmerksamkeit stecken geblieben. Ist aber nicht. Der ist nur angekommen. So, dann. Moment mal. Wo ist unser Ziel? Geradeaus natürlich. Wo genau? Da oben. Das ist nicht so. Zum Siegsten Gedöns. Absorbt uns kann man. Ach so, da kann man noch nicht rein. Ja, da kann man vielleicht später irgendwann hin. Wir können jetzt hier links rum durch die Schächte. Können aber auch rechts rum. Da ist auch so ein Rewiring-Teil. Warte mal kurz, was ist denn da hier? Ähm. Die haben wir alle schon benutzt hier. Kann ich mir nicht anders vorstellen, dass wir die nicht schon mal irgendwie zu unserem Luftreinigung... Können wir gerne mal ausstellen. So. Kommt da hinten Nebel auf. Aber... Wozu? So. Jetzt sind wir hier. Der sollte... Guckt ja... Okay, der ist weg. Und gehen wir lang. Wir gehen rechts rum. Links rum. Was ist denn hier in unserer Blickrichtung? Ah, okay. Das wäre dann der alternative Weg gewesen. Lohnt sich es hier lang zu gehen? Nicht wirklich. Wir sind ja jetzt gleich da. Ich glaube, das lohnt sich tatsächlich nicht. Ich glaube, wir haben ja... Auch zum Looten gibt es ja nichts mehr. Denke ich mal. Wie mein Tier geht es lang? Ah, okay. Ach, stimmt. Ich glaube, wir haben jetzt noch kein neues Teil. So einen Ionschneider oder sowas, mit dem wir uns weiter bewegen könnten. Wie zum Beispiel hier. Weil hier kommen wir jetzt nicht rein. Oder ja, Ionschneider brauchen wir jetzt tatsächlich. Oh, Moment. So, dann wollen wir mal weiter. Oh, ich muss das Licht wieder ausmachen. So. Was war unser Ziel? Da hinten. Da hinten. Haben wir abgespeichert? Achso, Moment. Ah, ich muss gerade wieder reorientieren. Also, äh... Hier ist nur eine Leiter. Das heißt, wir müssen dahin, wo auch da hinten der Android-Land geht. Können wir hier wesens lang? Warte mal. Ja. Sind hier welche? Ich glaube nicht. Hier haben wir direkt einen vor uns. So, in welche Richtung geht der? Er geht zurück. Alles klar. Ja. Moment. Was geht's hier runter? Rechts von mir geht's doch irgendwie runter. Ah, okay. Äh, den Bereich kannten wir noch gar nicht. Aber ich wollte nicht laufen. Hier ist noch ein Vent. Und hier gibt's noch Sachen zu holen. Okay, gut, dass wir noch mal hier reingegangen sind. Okay, und sogar noch ein paar Infos gibt's hier. Vielleicht können wir noch irgendwas ein- oder ausstellen. Äh, Ordnerfehler-H-Frei geben. Äh, Audio-Nix drin. Ähm. So. Auf Anrufgigs-Register-Vormittag. Äh. Ähm. Hiamh, если Android files sich seltsam, hat auf keine meine Anweisung. Okay. Die scheinen durchzudrehen. Aus irgendeinem Grund, die Apollo Android Here raubt jemand mein Laden aus. ich, Apollo, warten. Äh, es hat ihn getötet. Okay, alles klar. Okay. Ähm. So, irgendwas stimmt hier mit den Androiden nicht. Ganz gewaltig nicht. So. Hier ist nix drin. Hier. Ah ja. Hm. Was kann ich hier noch machen? Luftreinigung. In dem Gang. Lautsprechersystem. Beleuchtung. Ah, da können wir mal ausmachen. Vielleicht hilft uns das. Äh, Lautsprechersystem aus. Beleuchtung machen wir auch aus. Türzugriff. In der Rezeption können wir nix machen, komischerweise. Warum können wir hier nix machen? Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir schon das Licht ausgeschaltet. Äh. Hat er nicht gerade... Ne, okay, hier nix geblinkt. Gut, dann... Sollten wir wahrscheinlich zurückgehen. Ist hier irgendein Android hier näher? Apollo und der HiPi-Android. Scheiße. Ähm. Ich drück mal die falsche Taste. So, hier und dann müssen wir eh gleich links. Und da ist die Rezeption. Versichere und besser eingegliederte Sevastopol. Station. Oh, oh. Pass auf. Können wir auch für den ablenken können? Vielleicht sieht er uns ja auch gar nicht, wenn es hier so dunkel ist. Aber es steht ja ungefähr hier. Ungefähr hier steht er ja. Was heißt das überhaupt? Schneidepunkt. Schneidepunkt? Was ist denn ein Schneidepunkt? Ach so! Wieder irgendwas, wofür wir unseren... Ionschnibbler brauchen. Können theoretisch... Etwas verkehrt. Okay, hier sieht er uns aber auf jeden Fall. Pass auf, vielleicht... Ist es mal an der Zeit... Irgendwie... Sowas einzusetzen. So, da hinten. HAAA! Okay, nix wie weg hier. Okay, ich hänge gerade fest. AAAAAA! Ich bin drüber! Verschwinde, Junge. Oh Gott! Das lockt ja noch mehr an. Nein! Nein! Boah! Boah! Ach! Weißt du was, ey? Ihr könnt mich mal... Wo muss ich überhaupt hin? Rezeption. Hier irgendwie. So, tschüss, Mann. Oder muss ich da in der Rezeption selber noch irgendwas machen? Keine Ahnung, ey. Ich hab... Tschüss. Wo kam der bitte her gerade, der... Der Android. Ach, hat der mich erschreckt. Mh... Ne, ich wollte es eigentlich benutzen. Können wir aber noch ein, zwei herstellen. Mh... Vielleicht sollten wir das sogar machen. So, wir brauchen... Wir haben noch... Mh... Subkutane. Ja, die brauchen wir, glaube ich, eh nur dafür. Glaube ich. Kommandante B haben wir auch noch einiges von. Und Bindemittel... Ach, komm. Was soll's? Hauen wir mal einen raus hier. So, was ist unser Ziel? Da hinten irgendwie. Ah ja, okay. Ah, okay. Zurück zu dem... Transistorraum. Wisst ihr, wo wir noch nicht waren? Ich geh übrigens mal leiser lieber. Hier. Ich glaube, am letzten Mal haben wir diesen Raum noch nicht geblendert. Boah, ich... Boah, ich... Ah, haben wir noch... Okay, Plasmastellen. Wir haben diese ganzen Sachen nicht. Vielleicht sollten wir hier vorsichtig sein. So eine vorsichtige... Also eine... Leise Vermutung, die ich hier habe. Aber es gab ja auf jeden Fall noch Dinge. Hier nicht. Sowas hier. Und hier. Kann man sich durchhecken. Gerät ist leider noch... Um zu reichen. Ich höre doch hier irgendwas. So ein Rumpeln durch die Schächte. Boah, krass. Das ist krass. Okay, hier kann man gar nichts einsammeln. Die Türen sind verschlossen. Da müssen wir nicht lang. Sind hier leider ein bisschen falsch. Wir müssen den ganzen Weg nochmal zurück. Und dann hier runter. Ich traue mich jetzt echt nicht zu laufen. Boah, dieses Geräusch. Kommen wir hier durch? Ne, die Tür ist noch verschlossen. Hier ging es auch nicht weiter. Die Tür ist auch verschlossen. Ich glaube nicht, dass wir uns hier... ...durchhecken können. So. Dann. Schauen wir mal. Für den Weg hier zurückfinden. Zungsgruppe nötigt. Tja, wenn wir den hätten. Keine Ahnung. Ich glaube, den haben wir nicht. Speicherstation ist hier. Ich glaube, wir sollten mal abspeichern. Uuuh. Uuuh. Freund oder Feind? Wo ist... Ich glaube, der hat selber Angst. Ähm. Was passiert, wenn wir hingehen? Hallo. Kommt hier reden? Ja, irgendwie komisch. Also, was ist unser Ziel? Hm. Kehren Sie zu Samuels und Taylor zurück. Samuels und Taylor befinden sich in der... ...Skimmett Transitstation. Unsachgemäße Nutzung des Systems sowie Trockenheit werden den Colonial Marshals gemeldet. Solomon. Skimmett. Hier wollen wir hin. Dann haben wir noch... ...Service. Und... Was ist mit ihm los hier? Und... ...Ingenieur. Was ist mit ihm los? Kommt der her? Naja. Also, wir wollen zu Skimmett. Alles klar. Puh. Krass. Boah, was für ein Sounddesign. Man konnte hören, wie sich die Bahn bewegt, aber sehen konnte man es nicht. Moin. Hi. Was ist los? Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte Sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was ich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese... ...Kreatur kommt? ...Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transit-System auf Anweisung Apollo's abgeschaltet. Muss ich die einzeln hier reinmachen, die Kugeln? Das ist ja krass. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Ripley. Okay, ja, dann in die Krankenstation. Da geht es... Da geht es lang. Bist du sicher? Gehen Sie zur... Ja. Na dann. Durchhalten, Taylor. Ripley sucht nach Hilfe. Können wir gerne hingehen. Ähm... Ich speichere noch kurz ab. Hm. Hm. Ich weiß, es ist nicht die richtige Richtung. Aber... ...vielleicht gibt es ja hier auch noch irgendwelche... ...Strom wieder herstellen. Tür verschlossen. Keep out. Da komme ich eh nicht rein. Ha. Oder vielleicht liegt ja nochmal irgendwo eine Karte rum. Oder... ...ähm... ...Ein Bindemittel oder sowas. Aber nee... ...gibt es nicht. Na gut, dann... Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Bitte melden Sie jegliche Transitfehlfunktionen umgehend. Oh ja. Heuchlerin. Komm, lass mich mal irgendwo durchhacken hier. Strom wieder herstellen. Ah, guck mal hier. Karte. Subkutan, Revolver und Taschenlampenbatterien. Pass auf, dann machen wir mal folgendes. Wir lassen jetzt hier unsere Taschenlampe leuchten, bis wir das Ding aufnehmen können. Weil die ist ja bald, ähm, aufgebraucht. Die Taschenlampenmunition... Ähm... Genau, die Taschenlampenmunition. Die Batterie. Äh... Abgeschlossen. Oh, ein Plasmaschneider löstisch. Okay, vielleicht kriegen wir hier einen Plasmaschneider. So, ich würde ganz gerne mal eine neue Batterie einsetzen. Ähm... Können uns derweil hier mal... vielleicht noch schauen, ob wir... Bringt uns alles nichts zu viel. Ach, du machst die Geräusche. Ich mag diese Kameras nicht. So. So. Hm. Ah, okay, alles klar. So. So, Taschenlampe-Batterie haben wir jetzt frisch. So. Und ich glaube, wenn man... Ich glaube, ich hab... Äh, wenn man Instagram gedrückt... ...gedrückt hält, dann... ...geht das auch. Okay. Licht geht an. Nice. Ist das... Jupiter-Licht. Da ist die Sonne. Sie. Hey, Sie. Brauchen Sie Hilfe. Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Ich brauche einen Arzt. Gibt es hier einen Arzt? Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Das ist sehr nett. Aber lass mich kurz... Was? Was? Na los! Drücken Sie nicht zur Erkunft! Alter, lass mich mal kurz hier... ...mich umschauen. Okay, da kommen wir eh nicht rein. Tür verschlossen. Nix zum Aufsammeln. Also, dann... Lag hier noch was? Ne. Dann können wir auch hier reingehen. Gut. Dann haben wir ja jemanden gefunden, der vielleicht... ...der uns vielleicht helfen kann. In die Sandkristobal-Krankenstationen müssen wir rein. Ja, wir haben noch keinen Orientierungspunkt. Auch die Karte hilft uns jetzt gerade nicht so wirklich weiter. Oder sind wir schon da? Vergessen Sie die Türen! Die Marshalls haben alles abgeräkelt. Nutzen Sie den Löffnungsschacht! So, wir sind... ...in der Station 3. Emergency Room Ambulance. Dental Surgery und High Dependency Unit. Ich weiß nicht, was eine High Dependency Unit ist. ...um ehrlich zu sein. Mommy, I want to seek some synthetic. Okay. Kriegst du aber nicht... ...nicht mal zu Weihnachten. So weit kommen wir nicht ins Haus. Wir müssen jetzt lang. Oh! Revolver Ambulance. Okay, also... ...hier die Tür ist... ...verschlossen. Wir brauchen einen Ionenschneidor. Hier ist alles verrammelt. Geht nur hier lang. Mehr Taschenlamm-Batterien. Der will echt von uns, dass wir hier reinklettern. ... ... ...